Moin zusammen, willkommen zurück. Heute nur ganz ganz kurz wirklich und zwar will ich euch heute zeigen, wie man eigentlich mit Nullables in Collections umgeht. Das ist super simpel, wenn man das so genau nimmt und ja, wir können es einfach mal ganz kurz an einem Beispiel zeigen. Das heißt, wir sagen hier, wir haben eine Value, myNullableList, ja, ich nenne sie einfach mal myNullableList, vom Typ, wer hätte es gedacht, List. So, und jetzt packen wir hier einfach den Typ Integer?rein, ja. Das heißt, wir packen da Zahlen rein, die aber auch null sein können und das ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Das heißt, wir erstellen hier eine List of und wir sagen hier, okay, wir haben gerne 1 drin, 2 drin, 3 drin und null. Ups, und 4 und 5 und 6 und null. Ups. So, und wenn wir das jetzt hier ausgeben, das heißt, wir sagen hier Printline und wir nehmen hier myNullableList, myNullableList.toString. So, dann sehen wir hier automatisch, ah, okay, wir haben hier offensichtlich auch die Werte null drin, ja, also 1, 2, 3, null, 4, 5, 6, null. So, jetzt wollen wir vielleicht allerdings diesen Filter automatisch drin haben. Also, wenn ich das Ding hier nicht reinschreibe, dann kriegen wir hier direkt ein Problem, denn dann schmeißt mir hier erstmal der Compiler einen Fehler um die Ohren. Das ist quasi die letzte ausführbare Variante hier und der Compiler sagt, nö, das mache ich nicht, weil, ja, es ist nicht okay, weil hier eben dieses Null ist nicht vom Typ Integer und das geht eben nur mit int Fragezeichen. So, wenn ich jetzt hier allerdings alle Nulls raus haben möchte, dann kann ich das auch machen und zwar kann ich dann einfach sagen, Punkt Filter, Filter, Not, na, wo ist es denn, warum geht denn das immer weg? Not null. So, und dann habe ich quasi alle Elemente, die null sind, rausgeschmissen aus meiner Liste automatisch schon und danach gebe ich das Ganze einfach als String aus. Das heißt, ich habe hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Super angenehm das Ganze, wollte ich nur mal ganz kurz zeigen, dann habt ihr eigentlich eine sehr effiziente Variante, wie ihr mit Nulls umgehen könnt und müsst nicht irgendwie durchiterieren und irgendwas mit Fragezeichen oder sowas machen, sondern könnt einfach hier einen Filter verwenden. Und, ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.